Und es ist wichtig, dass wir wirklich sicher werden im Seelengewinn und gute Arbeit machen. Und das Wichtigste ist eigentlich, nicht sich Online-Videos anzugucken. Das ist eine gute Grundlage. Das Wichtigste ist, dass du wirklich Seelengewinn gehst mit anderen Leuten. Amen. Denn ganz ehrlich, als ich hierher gekommen bin in die USA und mit vielen verschiedenen Leuten Seelengewinn gegangen bin, rate mal was, ich habe dazugelernt. Ja. Jeder kann dazulernen. Und ich habe viel dazugelernt. Mein Seelengewinn ist besser geworden. Glaube ich. Und deswegen ist das Wichtigste, dass du als Zuschauer endlich mal beim Seelengewinn auftauchst. Denn ich weiß, dass es viele Leute in den Kommentaren gibt, die immer Amen, Amen, Amen sagen. Und alles ganz toll finden. Die aber noch nie beim Seelengewinn dabei waren. Ja. Und ich meine, wenn du irgendwie schwer krank bist und ans Bett gebunden bist zu Hause, dann fühle ich dich nicht beleidigt. Aber das wird bei den meisten Leuten nicht der Fall sein. Ja. Deutschland ist nicht das große Land der Welt. Da kann man ruhig mal ein paar Stunden mit dem Auto fahren. Wenn es auch nur einmal ist, dass du ein paar Erfahrungen zumindest sammelst. Ja. Ja. Ja.